klick ja egal wo wir hingucken wir werden rücken gegriffen werden also gehen wir dahin wo wir den hauen können was ist nicht nett gleich teilhaben zu betäuben ja wir werden von hinten angegriffen ich weiß das lässt sich aber leider nicht ändern weil egal wo wir uns hin drehen werden wir angegriffen von hinten drehen wurzel feuer wurzel feuer auch wenn das eigentlich keine kombination ist wurzel zauber und dann die umgebung verbrennen weg hinter uns hinter uns magier direkt betäubt zaubertrank feuer hauen hauen weißt du was ist das an der rund dieses rote wusch skoploser zauberer wirkt reinigendes licht heilung zaubertrank spotten wurzel feuer hauen hauen so genau du komm her ah der entfernt zauber von uns regeneration wurde von der gruppe genommen hauen erkannte dann als zauber spruch auch wurzel feuer widerstanden hauen hauen widersteh das das ist unerwartet talanas feuer bald zu widerstehen und yay wurzel äh schalter rätsel ok 3 schalter ist nicht so die welt aber müssen wir mal anfangen ja tür ist zu den ganzen zu fangen wir mal an mit ganz rechts drücken das war einfach oder auch nicht ganz links drücken mitte drücken ganz hinten drücken um das vordere zu öffnen also das erste mal hat der vordere der hinterste hebel die vorderste tür gemacht das hat funktioniert aber ich habe keine ahnung wie da geht es noch weiter hoch sackgasse sackgasse stopp 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 du hast noch eine tür warte mal die wende prüfen wer ist irgendwo ein durchgang oder ein geheimer schalter ich würde jetzt irgendwie ungerne ich schalte da nochmal drücken weil sonst geht die tür da obwohl ich glaube da kamen wir später nochmal hin von oben irgendwie ok gehen wir hoch in die dritte etage inzwischen kann nicht mehr weit sein bin gespannt ob sie auch wieder die dialoge haben zwischen dem ersten und zweiten akt oder vielleicht sogar eine cutscene das wäre ganz schick hallo hallo du bist ein normaler nein du bist ein äh egiter zaubertrank zaubertrank haun haun guck mal wie viel wir mit dem nahkämpfer da hinbekommen gar nix ok wurzeln haun 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 so du trink mit dem letzten zaubertrank das ist nicht gut also ja wir haben noch einen großen richtig ja einen großen haben wir noch und super duper wiederherstellungsmaximaltränke aber die sollten wir echt nur im notfall benutzen aka boss fight wir haben noch ein essen das können wir auch noch nutzen ich denke das werden wir auch bald nutzen müssen weil die leute auch müde werden mit der zeit ne pju 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 ja so so kaschan oh ok du davon haben wir wenigstens genug schränke haun 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 zurück sehr gut jo einfach mal ein bisschen hinund her gehen danach wagt 또 noch auf genau du heiltrank 1 trank hatschu elite räuber elite räuber du heilung feuer feuer schild feuer auf den falschen feuer feuer gehen wir hier um die ecke und warte einfach ja die kommen sehr gut kommen sie mich einfach gleich niederknüppeln so komm her ihr krabben räuber du zuerst was bogen pariert das kann ja du wurzel du nicht gift wir haben kein gegengift das ist jetzt allerdings wirklich ein problem kein gegengift mehr und wenn sie ohnmächtig wird und wieder aufwacht dann ist sie immer noch vergiftet das heißt wir müssen sie es die ganze zeit vergiftet mit uns rum schleppen sie kippt immer und immer und immer wiederum ist nicht gut da genau so wir können sie immer wieder hoch pushen mit heiltränken aber das war es dann auch ja also okay ich denke ja ich denke wir werden taktischen rückzug machen müssen was doch ein wenig ärgerlich ist denn ich denke es wäre nicht mehr weit gewesen und ich sollte nicht so viel gucken wo was ist sonst sind sie noch gegner ja da ist eine tür bestimmt gegner hinter hier ist eine abgeschlossene tür und ich glaube das war die abgeschlossene tür die man im ersten akt nicht öffnen könnte und ich bin immer noch immer forschen nein nein aus 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 ja geht nur runter ne warte mal aber vielleicht mit ihr das wäre zu praktisch wenn wir gegen gift zu arbeiten ja bewusstsein aktiviert schlafende mitglieder nein gift heilung aha okay schlafen zaubern zaubern gift heilung bei dir die giftheilung bei dir aha von wegen rausgehen sehr gut können wir schön weiter töten und plündern ich meine helden sag mal also die da schon mal abgeschlossen die da sieht nicht aus wenn sie abgeschlossen wäre hallo das ist eine kiste schild ich muss erst mal reinlaufen in die falle und dann darf ich schießen ist okay du hau hau weil das gift schon mal wohl die gift können mit den tränken gegen heilen du wurzel feuer wir werden von hinten angriffen werden von der seite angriffen werden von überall angriffen georgon level up okay zwei vitalität ein wahrnehmen ein macht und ja schild würde ich eigentlich ganz gerne erhöhen mit ihm aber ich glaube ausdauer wird es eher sein ich hätte gerne als eierlegende wollmilchsau ich hätte ihn auch ganz gerne als ordentlichen spotter also mit mehr mana und besseren fähigkeiten wahrscheinlich später und schadenstealer wegen der axt seine gute alte orgnase aber auch tank das wird aber glaube ich nix mehr kommen ausdauer so hau 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 wurzel wäre schön wenn jemand alleine aufwecken könnte hau 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 heilen hau hau e ja wäre ho hau 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 he raw hau 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 Du bist gleich K.O. Das da. Heilung. Oh. Schießen. Schießen. Wurzeln. Brennen. Und du dispelst welchen Zauberspruch von uns? Wir haben gar keinen aktiv. Schießen. Schießen. Wurzel. So. Du bekommst Vitalität, Geist, Magie, Magie. Bestätigen. Du bekommst als Fähigkeiten... Erdmagie würde es sich jetzt anbieten. Und Mystik. Was ich richtig anbieten würde, wäre ein Zauberspruch oder irgendeine Fähigkeit, die passiv Mana regiert, während man läuft. Aber das wäre, glaube ich, irgendwie nicht Overkill. Können wir einfach mal hin und her laufen und werden irgendwann voll. Aber ich glaube, das gab es bei ein, zwei Spielen. Also, lassen wir so. Wasser, Magie, muss ich noch Experte werden. Licht, Magie, haben wir noch keine ordentlichen Sprüche. Also mache ich einfach hier weiter. So. Auf der anderen Seite gab es nichts, ne? Ne. Bestätigen. So. Kiste. Schlüssel für Borg Port Marien. Also für die Tür da hinten. Hier ist nichts. Hier zum Beispiel. Ihr habt nicht den richtigen Schlüssel. Was? Da steht Schlüssel für Borg Port Marien. Das dürfte dann eigentlich alle Schlösser beinhalten. Hier dürfen wir auch nicht rein. Äh. Die hier ist gar nicht jetzt abgeschlossen. Guck, guck. Piu. Piu. Piu, piu. Genau. Dispel uns. Nein, nicht in... Ich war so kurz davor, ihn abzuschießen. Ähm. Am wegen Flächenstrauberspruch. Also zwei Felder nach vorne oder so. Ne, nicht bei ihr. Ihr fügt dem anvisierten Ziel im Umkreis von 3,40 Schaden zu. Also mal nur einem Ziel, das in drei Feldern im Umkreis ist. Ich kann jetzt nicht ihn auswählen. Genau, sie ist von den beiden Jungs hier zu sehr abgelenkt. Okay, das da. Hauen, hauen. Da laner ist K.O. Bzzz. Mh, noch mal nix. Hauen, hauen. Oh, noch einer. Äh. Bist du eine Elite? Du hast rote Hosen an, ich glaub schon.